Alter, haben sie wieder keine andere Situation gesehen, als mich zuzustehen. Gegen die kann man bestimmt auch richtig Bad-Tore schießen, oder? Klar, legt ihn da einfach auf die Motorhaube, mach einmal zweimal Leertaste. Ja, 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 das stimmt. Das war doch mal. Okay, mach. Fertig. Boah, Alter. Ein paar Böde, Digga. Lass deinen Gegner nicht nur anfaken, immer anfaken bei den Gegnern. Das hat mir immer mein Tor geklappt. Du hättest ihn so safe daneben geknüppelt. Ja, du hättest ihn so safe daneben geknüppelt. Ja, du hättest ihn auch auf, Junge. Ey, du hättest, du hättest so hart krummer Fuß dabei, du schießt ein Bein nach hinten, ey. Naja, wenn's um Schusstechnik geht, mach mir keiner was vor. Oh. Ich kämpf vorne, ne? Du möchtest ja einfach nur nach vorne spielen, dann mach ich den. Nee, glaub ich nicht. Geh Michi, der kommt? Doch nicht. Bin hier an der Außenlinie und bin ready zum Reinziehen. Da hast du rein. Da ist er. Oh mein, ja, ja. Und da kickt kompletter Alters-Autismus rein. Kompletten Rentnerhände wieder gekickt. Schockt das Spiel, wa? Äh, ja, ist cool. War es Rocket League, den installier ich gleich. Echt? Spielt ihr wirklich? Ja, den ganze Zeit eigentlich, also seit... schon 7, 8 Matches oder so. Äh, dann lad mal rein, läuft. Ich hab keinen Bock vorzuspielen, kannst du mit denen spielen? Ey, ich zack Solo dann. Nee, ich glaub, ich mach mal Platz, damit du nicht mehr so zählt. Nee, ich zählt auch mit Connor, Digga. Klar, glaub ich nicht. Doch, frag Connor selber. Ja, aber bei mir zählt der noch mehr meistens, weil ich einfach dahin flieg, wo er hinfliegt und den einfach alles weg nicht. Okay. Ja, Connor kennt das Wort Rotation halt nicht. Das ist schwierig. Ich floh alles und jeden rein fronten, der ist so geil. Connor kennt keine Rotation, ich kann nix, ich steh nur Weg rum und hinter alles, Digga. Ja, und was von Flo nimmt, richtig ansehen, dass er gut ist. Das ist einfach witzig, so. Ey, du kannst für mich gleich spielen, dann sei jetzt dritt und dann... Lass mal 4er machen, Junge. 4 gegen 4. Noch kranker. Ja, also, 4 gegen 4 schmeißt, glaub ich, mein Leute aus dem Fenster. Und 4 gegen 4, das heißt auch, äh... Tee, le, liebes, ey. Was ist das? Bei mir wird der nach Afghanistan fliegen. Pass mal auf, guck, guck hin. Lass dich nicht von dem Fenster. Nee. Junge, der König Flunster. Mach's auch dein... dein Main inzwischen, Capi. Ja, was hast du da schon von ne Tarnung? Ja, hab ich grad eben gezogen, ne? Ja, und seit wann hast du einen Dominus? Hab ich mehr spielt. Wie kriegt man den? Ja, würdest du mal die Anfänger müssen dann angucken, ne? Ja, wenn ich mal das kannst, so kann er. Hier, lass mich fragen. Erst mit Anfänger-Mission, du Bot. Gibt's nicht. Du Bot, Digga! Ja! Oh, nice Michi! Schöner Safe, Junge! Den hab ich. Hä, sie ist doch noch alles geklaut. Schöne Vorlage, Junge. Du hast die Gegner nur verwirrt, ne? Ich hab die Gegner gelesen, was sie machen werden. Wie dumm. Da stehen vier Gegner, und Kim und ich fahre gegeneinander. Michi fährt da hinten auch irgendwo rum, und bloß ins Zentrum und denkt so, Ah, alle Spots, Alter. Ich hab mich in deinem peripheres Seen, ne? Meiner. Och, Connor. Connor hat auch so krise Autismus, ne? Er kann das nicht nach, dass er nimmt immer noch den Doppelboost. Das hat er seit Tag 1. Hä? Kim hat den rechts genommen. Ich musste mir auch einen Boost holen. Flo. Kim hat den rechts genommen. Ich hab einfach nur einen genommen, der da war. Ich hab inzwischen gelernt, dass das dein Boost ist. Aber wenn ich keinen Boost hab, dann ist es halt meiner. Ja, boah, recht, ne? Normalerweise lässt man halt den guten Spieler an den Griff spielen. Ja, warum ist der jetzt so? War das so witzig, oder? Ich weiß auch nicht. Ja, Flo, verstehst du warum die lachen? Naja, wir reichen der Dummheit. Malte Geschichte. Hab ich, Flo, kannst du nach hinten fahren? Ja, tue ich auch. Den Teufel zumal gerade rauszufahren. Boah, ach du scheiße. richtig ärgert mich übersteht bei den soweit eine runde muss man spielen und wo ranglos bei dir stand steht ja gut was komme ich 2 Flo Silver 2? Ja, musst du. Sehr schön. Einfach Flo seine Real Elo. Joa. Deswegen muss ich nicht 2000 Games spielen, um irgendwie im Platin ranzukommen. Oder? Fragezeichen? Ja, komm, ich hör dich gerade nicht, Digga. Deine 2000 Games stehen dazwischen, Alter. Um Platin zu kommen oder um Diamond zu kommen? Ja, um Platin zu kommen. Du hast mich schon richtig gehört. Ich bin mit dir zusammen Platin gekommen, du Pallett. Ja, aber ich hab keine 2000 Games dafür, du raus. Ja. Ich weiß auch nicht, warum Flo so gut ist. No shit. Flo, du bist echt hammergut in dem Spiel. Nee, shit. Weil du so wenig kack Zeit da drin verbringst. Das ist gut. Almos brauche ich jetzt auch nicht mehr. Fick dich für Notte, Digga. Cool. Oh yes. Hochgezankt, direkt zucken, bumm, rein. Ja, Digga, der Gast 1 hat auf meinem Splitscreen einfach nicht so viel gesehen, Alter. Der Gast 1. Der Gast 1. Scheiße. Wie so ein Mie, ey. Der Gast 1. Der hat ihn auf den Kopf gesetzt. Ich hab aktuellen Kickerlord Plus drinne. Kickerlord. 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 Oh. Oh, angefaked. Ja, wilde Fakes von mir. Oh. Fuck. Mann. Komm nochmals. Oh, der ist drin. Digga, er ist wirklich. Mann. Ja, halt reindrücken, Alter. Ja, Mann. Das kommt einfach jetzt auszuziehen mit das heutige Video. Oh, der ist. Ey, das ist also... Ja, irgendwie viel Fakes wird zu haben. Jo. Mm. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Du bist ein, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wow, Mann. Oh, Mann. Bis zum nächsten Mal.